M-m-m-m-m-m-m-m-m! Mein Leute, ich wünsche dir ein herzliches Willkommen und ich hoffe du hattest einen schönen Tag gehabt. Ich wollte dir nur kurz Bescheid geben. Staffel 8 von Rainbow Six Siege ist in Produktion und das erste Video kommt morgen um punkt 18 Uhr online. Wenn es denn mal fertig geschnitten ist. Yay! Ich bin mal wieder weg. Tschööööö!